Hallo meine Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Heute sollten wir Call of Duty wie versprochen erst ein Battlegrounds Video. Heute kommt Call of Duty und heute kommt noch eine Reaktion auf einen YouTuber und zwar Monkey 2.0. Den juckt's denn? Fangen wir direkt mal an. Ich bin 8.0. Keine Ahnung warum. Vorher war ich noch 1.0. Ich wollte mich rein... Hier wird doch irgendjemand. Was kannst du eigentlich? Hä? Der hackt doch. Was für ein Hacker. Noch einer. Easy. So. Web. Web. Bei der B. Bei der Web. Ab. So bin's weiter jetzt. Hier drin ist noch jemand. Nein. Hier ist niemand. Mann ich brauche noch einen Gegner. Hallo. Herr Gegner. Entschuldigung die Störung aber dafür... Ah. Danke. Keine Ahnung wieso das gerade nicht geklappt hat aber... Ja ich meine wieso das hier aufgehalten hat. Ich weiß ganz genau dass du hier... Ja. Ah. Mann. Ja. Wie drauf ist er langsam? Hallo? Ja. Ich steige. ok man könnte ihn mit messe töten aber ich weiß nicht ob das dann zählt aber genau genau ich packe richtig rum was ist mein internet mein internet ist scheiße genau wie mein leben so jetzt habe ich hier ein gutes internet ich glaube nicht mehr ich bin noch einmal zweiter, was ich schade finde das gibt eine anzeige man kann jetzt nicht nur ausgauken glaube ich, oder? doch man kann haben wir diese? nein, das zählt nicht, verdammt dann ich bin schon ich bin schon jetzt noch von hinten, komm schon jetzt habe ich eine Piste ich bin menschlich gesehen, ziemlich abstoßend ich bin noch einmal zweiter zweiter Platz, schade ah, einer, der eine ganze Familie hat wow hä, was ist das für ein dumm Kopf, ey aber der war echt dumm wenn du das Messer hast und jemand abstichst dann bist du dann bist du erster aber nur wenn du das Messer hast so, der geht raus an diesem Ball hier den blende ich jetzt ein ja, fang ich doch mal direkt an so au 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 ich schlag mich grad selber mit dem Fuß einfach so einfach so einfach so rum easy jungen, easy ist das easy ok, wo sind direkt die ersten ähm, internet hier 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 ah dass auch tut Hmm Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Verdammt, der hat mich erschreckt. Aber ich bin noch einmal Erster. Ich hab dich schon erwartet. Hey komm schon, von Wurzeln sind immer eher auch richtig kacke. Aber ich muss mich auf verschiedene Leute konzentrieren, auf mehrere. So ist der kacke Bruder. Der Arme. Entschuldigung. So. Kannst du mir einen auf? Oh, mit Sniper bin ich voll scheiße. Guck. Guck. Ey komm schon von der Seite denn. Scheiß Ernst. Ruhig bleiben. Nee. Ey. Na guck. Das war nett. Mann, ich hätte fast in... in... ja, ich wüsste was geschossen in deiner Kinder. das war jetzt das war aber jetzt schlecht von mir gespielt warte, wen juckt es denn? Digga, war es fast oder was? Ah, die letzte Kay und ich bin auf der Spiegelwand Ah! Ach komm schon, komm wo? Oh, da oben, dein Ernst? Da oben? Gewonnen! Das war's für den Video, ich hoffe es hat euch gefallen, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, und dieses Video zu liken, bis bald, ciao, ciao! Das war's für den Video! Das war's für den Video! Fakt ist ja so leicht, dass man mit einem schenken von mir geht, der einfach in der Schenken der Bollung! Vielen Dank.